Also hier, das Infoportal Düsseldorf, das ist offensichtlich eine Antifa-Seite. Es schreibt, vor dem Firmensitz der Rheinmetall-AG wollten heute verschiedene israelfeindliche Akteure innen. Gibt es eigentlich auch Akteur außen? Nein, obwohl, das war jetzt ein blöder Spruch. Ich lese nochmal. Vor dem Firmensitz der Rheinmetall-AG wollten heute verschiedene israelfeindliche Akteure gegen Waffenlieferungen nach Israel protestieren. Es gibt viele gute Gründe, den Rüstungskonzern Rheinmetall zu kritisieren. Antisemitische Motive zählen nicht dazu. Alter, wenn Waffen nicht in ein Kriegsgebiet liefern soll, dann ist man nicht nur ein rechtsradikaler Putin-Fan, neuerdings ist man dann auch noch ein Antisemit. Ihr habt die Transatlantifa gehört. Das ist unfassbar. Gleich sind Aktionen an zwei weiteren Standorten des Rüstungskonzerns geplant. Im Unterschied zu den Protesten in Berlin und München wird für Düsseldorf keine konkrete Gruppe genannt. Dazu heißt es lapidar, dass diese von unabhängigen Einzelpersonen organisiert wird. Die... Es ist so verrückt. Hier demonstriert die Friedensbewegung gegen Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet und die Antifa schreibt, Ja, wir müssen für Rheinmetall demonstrieren, die sollen gefährlichste Waffen in ein Kriegsgebiet verkönnen. Wer die Lieferungen in Kriegsgebieten ablehnt, der ist ein böser Antisemitenschwurbler sonst was. Es ist so irre. Und jetzt schaut euch an, wie das Infoportal Düsseldorf diese unfassbare Hetze gegen die Friedensbewegung hier verteidigt. Und diejenigen, die die absurde Behauptung aufstellen, dass dieser Account Rheinmetall verteidigen würde, sei die Bildschreibung zum Schwarz-Weiß-Foto empfohlen. Bei gestriger Versammlung in Düsseldorf war das antimilitaristische Bündnis bei E-Entwaffnen offenbar nicht grundlos inaktiv. Es ist so komplett, ja, was soll man dazu noch sagen? Also Israel führt gerade einen brutalen Krieg gegen Gaza. Und wenn man sich dagegen, also mit mehr zivilen Todesopfern, als es mittlerweile in der Ukraine gegeben hat. Also ein paar Monate Krieg in Gaza, mehr Todesopfer als in über anderthalb Jahren Ukraine-Krieg. Das sind die Zahlen, die wir gerade aus Gaza bekommen. Israel bombardiert da extrem dicht besiedelte Gebiete. Und wenn man sich jetzt gegen Waffenlieferung ausspricht, dann ist man offenbar kein rechtsradikaler Putin-Fan mehr oder ein Rechtspopulist oder ein Schwurbler, sondern jetzt ist man dann auch noch Antisemit. Also der Diskurs in Deutschland wird von dieser Transatlantifa wirklich komplett zerstört. Also danke für, ich glaube, MT aus HB war das, der uns den Tweet hier gerade empfohlen hat. Es ist so irre. Also das passiert, wenn die Linke sich von Leuten wie Dara unterwandern lässt.